Ja Mensch, hallo Lüneburg, da seid ihr ja. Ja, also irgendwie am 11. November, da bin ich ja nun bei euch in der Gegend, da im Warmos und da freue ich mich eigentlich auch schon drauf und da habe ich nun irgendwie so ein Teil dabei und nicht nur die Songs von mir, sondern es gibt auch eine Menge zu erzählen, was man alles so erlebt hat und wo andere Bücher drüber schreiben, das will ich dann so zwischen den Liedern so ein bisschen erzählen, so aus 45 Jahren Rumturnen in dieser Branche. Ja und ich hoffe, wir sehen uns da. Bis dahin. Tschüss.